Wie kannst du es wagen, dich in meine Geschäfte einzumischen? Das hier ist mein Fall, mein Überwachungsfall, und du hast es mir verdorben! Ich liebe dich, Mayer. Halt dich da raus, bitte. Mayer, das hier ist Captain Parmitter, Jacks Boss. Da ist was schiefgegangen. Absolut schief. Wir haben genau sieben Minuten, Jack. Wenn wir länger brauchen, riskieren wir zu viel. Wir müssen uns beeilen. Deine Gäste warten schon auf dich. Du bist der Gastgeber und hast dich bisher noch nicht blicken lassen. Sie brauchen nicht mehr lange auf mich zu warten. Im Bryan Tunnel registrieren wir hohe seismische Werte. Das ist nicht eine wunderbare, nette, kleine Explosion. Eine Bank kann schließlich, sagen wir mal, ganz plötzlich vom Wertboden verschwungen. Schnell verdientes Geld. Du darfst ihm keinen Grund geben, dir weh zu tun. Das heißt also, wir können mit dem Zug keine Verbindung aufnehmen. Ganz genau. Aber er fährt immer noch. Ja, genau in die Katastrophe. Jetzt! Die Geiseln sind noch im Tunnel. Red Dog 1! Red Dog 1! Hören Sie mich! Kommen! Red Dog 1! Red Dog 1! Kommen! Was soll das sein? Das darf ich nicht sagen. Verschlebt mich, Jack. Der ganze Land liegt gleich hoch! Red Dog 1! 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 Red Dog 1!